Wir wären beim Wetter. Am Freitag nach Auflösung hochnebelartiger Wolkenreste ziemlich sonnig. Dann geht es weiter mit den Temperaturen zwischen 7 und 9 Grad. Die Schneefallgrenze 800 Grad. Ich nehme noch die Tankmost, laufe gegen meinen Bagger runter, gehen schauen wie das ist und dann höre ich auf, dass das kein Wert ist.